Die Ampel ist landwirtschaftsfeindlich, ich glaube sogar ideologisch landwirtschaftsfeindlich. Sie haben zwar die Sehnsucht angeblich nach der Heiz. Mein Fleisch sei giftig und was weiß ich alles. Also wer wirklich ein Herzensgrüner ist, das ist ein Landwirt. Und die Ampel ist weiter weg von der Natur als jeder andere. Und insofern muss die Ampel abgelöst werden. Und Leute, die von der Sache ein Verstand mitbringen, die von der Sache was verstehen, die verstehen von der Landwirtschaft nichts, die verstehen von der Wirtschaft nichts, die verstehen von der gesamten Politik nichts. Das heißt, sie werden bereit, oder? Natürlich, wir werden allzeit bereit, fürs Vaterland zu dienen. Dankeschön.